Let's Fetz. Mal sehen wir auf die Sterbe, Kengard. Ja, ein Heiler. Niorus, warte mal. Niorus. Ach, Niorus. Zwei Heiler, zwei Heiler. Alter. Okay, gut. Gut. Okay. Oh, die Leck. Ja, es ist, äh, unspielbar hier mit den Lecks. Ich kann nicht in den Zerg geben. Bei mir, bei mir, also ich sehe gar nichts. Holy fuck, Alter. Ich habe einen Cutty Cut auf mir. Ich bin auch Chris Meyers. Okay. Darf ich hier. Dann geben die Chat. ja hat schon kein grad ja bei bubble zweiter heller auch bei dem fangit fangestown ach was tot 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 no nice ich wurde gepolt wow wie geht los fliege in sanapol der war richtig gut der war richtig gut weg gesprungen chris meyers vielleicht trotzdem tot ich habe mich runter gekickt zweimal doppelt gekickt wow dick ja quasi vielfach kick angelaufen gekommen kick und die schluss die schluss schluss die schluss ich weiß nicht ob es Sinn macht dich zu pullen weil dann bist du halt auch raus na aber wenn du gepult werden jetzt sagst ich bin unten nö wenn du nur aufsorge ziehen gehen wir halt ich kann nicht mehr machen leider die spiel gehen boah es leckt so ich bin auf Carnage Enjoyer und da ist wieder Lissschwert Lissschwert ist gut die Staff scannen die Staff scannen dabei ich glaube schon und Guard hat sie auch ich bin auf Carnage lange Carnage Guard ich schwer dir ein Schild mehr ah ja ja geht bin drauf bin drauf bin drauf jetzt passt ja nice ich hab gleich halb laufen ich bin auf irgendwas my ass Chris my ass ja nice ich hab das wieder da ja bin drauf geplatzt nice Carnage teuer ja ist raus gemattasht aber wir können chasen nice hinten ist ein Sniper ich hab ihn gestumpt ja ich bin voll on oh nice Blitz up in nice wieder Lissschwert Lissschwert schuld läuft aus und drauf die geht's hat nix mehr kann da mal jumpen ah die geht die geht oh 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 jetzt down ich hab auch gleich Maddash oh eine Sekunde auf Maddash defeated oh wir haben Tank das ist ein Lichtschwert Lichtschwert kein Guard wir haben einen ich hab so ein Guard bekommen jetzt wird schuld jetzt wird schuld nice und Stun no Barrier und auf Carnage Entscheuer ne ich hab nicht schon ok du hast mit mich alles gezogen ich bin in der Vordelle hab ich Guard bekommen Lichtschwert kein Guard Lichtschwert wieder Guard ja Y-Face guard hat mich ne wieder runter ich hab mich wieder Stacks wenn ich noch ein bisschen lebe tot 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 Lichtschwert hat mit 1 AP by the way 1 Guard vielleicht nur ein Kahn Kahn ja ok ich bin wieder gestarrt fuck man ich lebe Madpack 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 ein Kahn der Wohin alter auch was wenn Bobbe Ich muss gut da kurz weg, oder? Ja. Ja, die sterben, Adonis. Nice! Das schwert. Oh, oh. Hör sich die Cup, ja. Oh, God. Die Lektor, die Kante, ja. Oh, die ist außer Rad-Range, by the way. Ja, ich kann drauf. Alles klar. Gar nicht, ich kann ja auch gar nicht. Ich werde wieder da. Oh, nein, es geht ab. Oh, mein Gott, ja. Ich treffe nichts. Was? Ja, Sniper auch noch, ne? Der ja eine Kacke legt immer. Ja, Mann. Und Diversion. Ich spiele die falsche Klasse. Dieses BG. Oh, was? Du bist nicht in Range, leider. Jetzt, Hütersprung. Nice. Okay, ich bin Bodyguard. Go. Ich habe Stacks gezogen, aber ich kriege richtig. Ich bin out of force von meinem Heal-Spam. Holy shit. Ich werde hier rumgekickt. Won the match. Alter. Ich gefressen habe, ne? Ich bin auf Gott. Bis zum nächsten Mal.